Hi Leute und Willkommen zu einer neuen Runde One in the Chamber auf Hive wieder mit Lockerbob Hallo Oli Ja wir spielen One in the Chamber gerade eben hab ich auch ne Runde aufgenommen aber die gingen nur 2 Minuten und ich bin ein bisschen schlecht gewesen und sie glaub ich nur 2 Kills also von mir braucht ihr auch nichts erwarten ich hab's noch nie gespielt WTF Waren wir mit dem Schwert? Kriegen wir überhaupt ein Schwert? Ja bekommen wir gleich, wir müssen erst mal uns suchen, also auch so wie wir euch hinstellen Alter verfolgt mich, Hilfe! Schwert! Komm mal geh 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 geh! Oh ich will grad einen killen Er hat mir gleich nen Hit gegeben Nein ich hab ein Schwert Alter der hat mich kill klaut Nein ich bin schon zweimal gestorben Alter bin ich schlecht, ich hab gleich mal nen Pfeil versaut Hat man Fallschaden? Nö geil Nee Alter da hab ich eine gestorben Ich hab zwei Pfeile Geil, ich hab mich mal eingetötet Alter sind die gut Nein Ich war jetzt voll überdrehen Oh, hat dein Pfeil verschossen Haaaah Stöp Stöp Gleich zwei Hintereinander Alter wie schlecht bin ich Der steht ja in der Stelle rum und ich treff ihn nicht Stöp 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 Ja, ich hab ein Schwein getötet mit einem Pfeil Was heißt das, Redstone? Äh, das sind deine Leben Oh, ich hab drei Ich hab noch fünf Nein Stöp Ich hab noch zwei Pfeile geil Stöp Stöp Nein, ich bin gestorben Geil Ich hab zwei und hab ein Pfeil Ich hab vier Leben Guck mal Moritz Danke, du getötet worden Danke, dass du dich kennengelassen hast Hast du mich getötet? Ja Alter Jetzt kriegst du was Nein Ich brauch für die Aufnahme Für die Aufnahme Ich nehm auf Oh, ich geh grad voll ab Ich hab schon sechs Kids Ich bin rausgeflogen Ich verfolg dich Siehst du mich? Nö Okay Nein Du warst gestorben Haha Ja, dieser komische Klops da, dieser Wie heißt das? Dieser Klops Ich folg nicht, obwohl ich dich sehe Alter, ich glaub der Eder hat irgendwie einen Hex drin und 17 Kills Alter, das war krass Wie viele Kills hab ich? Vier Vier Oh, gut, bestätig in meiner ersten Runde Bitte Kannst du Mittagessen? Nein Kannst du Mittagessen? Ja Äh Gehst du Mittagessen? Ja, Reis mit Fleischblöckchen Okay, dann Geh mal essen, ich pack das schon Nein, 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 ich bin fertig Was? Wir fahren um halb vier los Wir fahren um halb vier los Nein, ich war, ich, nein, 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 ich hab schon gewissen Achso Ui Ich hab nen Köl abgestaubt Was für nen Köl? Da kämpft einer, ich schieß mir nen Bogen rein Hm Da ist der Oh, ein Kams zwischen Schweini und Oh, ist weg Trollol, du schaffst es nicht Oh, ich hab keinen Trollol-Fels verloren Okay, ich bin auch draußen Aber ich hab sieben Költs Ich bin Zweiter Ich bin Zweiter Ah Yeah, okay Schöne Runde One in the chamber Dann sagen wir noch Ciao Ist der Daumen oben, wird man euch loben Genau Und wollt ihr die Welt regieren? Dann müsst ihr Lenny B abonnieren Ah Ciao Okay, ciao